Wenn du dich selbstständig machst, unabhängig davon, ob deine Tätigkeit freiberuflich oder gewerblich ist und welche Rechtsform du gründest, musst du dich ganz am Anfang einmal beim Finanzamt registrieren. Und diese Registrierung beim Finanzamt machst du, indem du den sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllst. Das heißt, wir alle, also alle, die selbstständig sind, haben am Anfang irgendwann einmal diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausgefüllt. Und normalerweise füllt man diesen Fragebogen über ELSTER Online aus. Das Problem bei ELSTER Online ist, dass diese Seite einfach, sorry, ich muss so direkt sagen, wahnsinnig hässlich und unintuitiv ist. Das heißt, Leute, die nicht regelmäßig mit ELSTER Online arbeiten, haben vollkommen zu Recht damit ernsthafte Probleme. Und deswegen haben sich einige Softwareanbieter gedacht, das kriegen wir schöner hin und haben, um es mal simpel zu sagen, einfach ein schöneres, besser strukturierteres und teilweise auch intelligenteres Interface gebaut, mit dem man quasi seinen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen kann. Und ein Beispiel ist Visosteuer. Visosteuer ist ehrlicherweise für Steuererklärungen, für die Umsatzsteuererklärung, Gewerbesteuererklärung und die Einkommenssteuererklärung meine absolute Empfehlung. Ich selbst mache seit Jahren meine Steuererklärungen mit Visosteuer. Und mit Visosteuer kann man tatsächlich auch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Und das Ganze ist einfach deutlich entspannter als mit ELSTER Online. Und in diesem Video schauen wir uns den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung in Visosteuer einfach mal zusammen an. Und du kannst für dich überlegen, ob das Tool das Richtige für dich ist und kannst dann aber auch Schritt für Schritt einfach dem folgen, was ich dir da zeige und zu den jeweiligen Feldern erkläre. Und um das zu machen, nehme ich dich einfach einmal mit auf mein Bildschirm. Ich habe bei Visosteuer einen kostenlosen Account angelegt und mich da jetzt gerade einmal eingeloggt. Übrigens, alle Informationen und einen Link zu Visosteuer findest du auch ganz oben unten in der Videobeschreibung. Das heißt, da kannst du dir deinen kostenlosen Account eröffnen. Und du siehst hier auf der linken Seite auch, was du mit Visosteuer alles machen kannst. Also deine Einkommenssteuererklärung, Lohnsteuermäßigung, Feststellungserklärung, Umsatzsteuererklärung, Gewerbesteuererklärung und das, was wir jetzt gerade machen wollen, ist der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Das heißt, da gehen wir einmal drauf und dann können wir das Ganze auch zuklappen und dann sehen wir, hier können wir den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Und das Ganze machen wir, indem wir hier einfach einen neuen Fragebogen anlegen. Du kannst hier im ersten Schritt noch einmal auswählen, ob du das Ganze wirklich willst. Also du könntest hier noch hingehen und sagen, nee, ich möchte lieber eine Einkommenssteuererklärung machen, aber wir wollen unsere Selbstständigkeit anmelden und deswegen wählen wir Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Und ich mache mich in diesem Jahr, also im Jahr 2024 selbstständig, deswegen wähle ich das Jahr 2024 und klicke auf Steuererklärung anlegen. Das muss man in dem Zusammenhang wissen. Wieso Steuer ist eigentlich ein Tool für Steuererklärungen. Und der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ist ehrlicherweise keine Steuererklärung. Manchmal sind so ein bisschen die Begriffe bei Wieso Steuer, ja, ich würde mal sagen, darauf ausgelegt, dass man dann normalerweise eigentlich seine Steuererklärung macht. Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ist in der Form ja keine Steuererklärung, aus der jetzt irgendeine Steuerschuld resultiert, sondern es ist einfach die Registrierung meiner Selbstständigkeit. Und genau das bekommen wir auch im nächsten Schritt erklärt. Das heißt, hier steht Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Bei der Aufnahme einer gewerblichen, selbstständigen, also freiberuflichen oder land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit oder bei der Beteiligung einer Personengesellschaft und so weiter müssen wir diesen Fragebogen einmal elektronisch an das Finanzamt übermitteln. Hier in diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass du, bevor du dich selbstständig machst, dich darüber schlau machst, ob deine Tätigkeit freiberuflich oder gewerblich ist. Da hilft dir das Finanzamt leider nicht dabei und dummerweise auch nicht das Gewerbeamt. Wenn deine Tätigkeit, also das, womit du dich selbstständig machst, nämlich eine gewerbliche Tätigkeit ist, musst du erst ein Gewerbe anmelden. Das kannst du vor Ort im Gewerbeamt in deiner Gemeinde machen. Immer mehr Gemeinden bieten das aber auch online an. Und erst nach der Gewerbeanmeldung füllst du dann den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus. Wenn deine Tätigkeit eine freiberufliche Tätigkeit ist, dann meldest du nämlich kein Gewerbe an und füllst gleich als erstes den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus. Das heißt, du registrierst dich nur noch beim Finanzamt. Hier an dieser Stelle vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Du findest unten in der Videobeschreibung ganz, ganz viele weitere Videos, die du dir gerne alle anschauen kannst. Zum Beispiel eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Gewerbeanmeldung. Und auch zu allen Themen, die wir in diesem Video ansprechen und die ich für inhaltlich relevant halte, habe ich separate Videos aufgenommen. Generell, dieser ganze Kanal hat inzwischen hunderte Videos speziell zu den Themen selbstständig machen, Steuern, Buchhaltung und so weiter. Und übrigens auch eine ganze Reihe an Tool-Empfehlungen für Bankkonto, für Buchhaltungsprogramme, für Steuerberater und so weiter. Das heißt, alles, was ich empfehlen kann, findest du unten in der Videobeschreibung. Das Ganze ist also ein Blick wert. Aber wir wollen weitermachen. Das heißt, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Klicken wir einmal auf Weiter. Und dann sehen wir einmal auf der linken Seite, wenn wir das ausklappen, die Struktur des Fragebogens. Und da sieht man ehrlicherweise schon großen Vorteil im Vergleich zu Elster Online. Bei Elster Online ist das Ganze, wie soll man sagen, etwas chaotisch und durcheinander und es ist relativ schwer, da einen Überblick zu bekommen. Hier sehen wir aber, dieser Fragebogen hat im Wesentlichen eigentlich drei Bereiche. Und zwar einmal die persönlichen Angaben, einmal Angaben zum Unternehmen und der Tätigkeit und dann ein paar steuerliche Angaben. Und der letzte Schritt ist dann, den Fragebogen abzugeben, sprich abzuschicken. Und diese Schritte gehen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt gemeinsam durch. Im Bereich der persönlichen Angaben gibt es vier Unterkategorien. Und das ist einfach für die Navigation ganz wichtig. Wir müssen diese einzelnen Bereiche alle einmal öffnen und ausfüllen. Das heißt, wenn wir hier auf Weiter klicken, dann landen wir gleich beim nächsten Bereich. Und der nächste Bereich sind die Angaben zu meinem Unternehmen oder meiner Tätigkeit, die ich jetzt ausfüllen möchte. Und wenn ich dann auch weiter klicke, dann bin ich direkt bei den steuerlichen Angaben, obwohl ich ja bei den persönlichen Angaben und bei den Angaben zum Unternehmen und meiner Tätigkeit noch gar nichts eingetragen habe. Deswegen muss man diese einzelnen Felder alle einzeln einmal aufrufen und ausfüllen. Und damit gehen wir einfach mal in das erste Feld rein. Man sieht hier auf der rechten Seite übrigens auch immer eine Erläuterung. Das heißt, hier auf der rechten Seite wird einem immer erklärt, was man da jetzt jeweils eintragen muss. Und diese Erklärungen sind meiner Erfahrung nach schon mal deutlich viel besser als die Erklärungen, die mir zum Beispiel Elster Online liefert. Allein wegen den Erklärungen wäre WiesoSteuer meine Empfehlung im Vergleich zu Elster Online. Als erstes muss ich hier einmal angeben, was ich genau anmelde. Melde ich eine Personengesellschaft an oder eine gewerbliche, freiberufliche oder land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit. Ich möchte hier natürlich einfach meine Selbstständigkeit anmelden, denn ich habe gerade ein Buch geschrieben und zwar ein Gründungsratgeber. Das nehme ich jetzt einmal als Beispiel, aber das Buch habe ich tatsächlich geschrieben, findest du auch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Darum sollte es hier an der Stelle aber gar nicht gehen, sondern es geht darum, dass ich mich als Autor, als Schriftsteller selbstständig machen möchte. Und als Schriftsteller ist man übrigens freiberuflich. Das heißt, ich gehe das Ganze einmal durch anhand des Beispieles, dass ich mich jetzt als Schriftsteller steuerlich registrieren möchte. Das heißt, es ist eine selbstständige, also eine freiberufliche Tätigkeit und dann muss ich hier eintragen, welches Finanzamt für mich zuständig ist. Warum? Weil wir nicht ein ganz zentrales Finanzamt in Deutschland haben, sondern ganz, ganz viele Finanzämter, die regional sich aufteilen. Das bedeutet auch, wenn ich irgendwann mal umziehen sollte, dann wechselt das Finanzamt und damit meistens auch meine Steuernummer, weil jetzt ein neues Finanzamt zuständig ist. Denn die Steuernummer ist so das interne Aktenzeichen. Und die Steuernummer ist übrigens auch der Grund, warum wir diesen Fragebogen überhaupt ausfüllen. Weil sobald wir diesen Fragebogen abgeschickt haben, fängt das Finanzamt an, uns steuerlich anzulegen intern und schickt uns dann einen Brief und in diesem Brief steht unsere Steuernummer. Und diese Steuernummer brauchen wir, um sie auf unsere Rechnungen zu schreiben. Das heißt, ich würde für mein Buch gar kein Geld von meinem Verlag bekommen, wenn ich keine Rechnung schreiben könnte. Und auf dieser Rechnung muss halt zwingend meine Steuernummer stehen. Und deswegen muss ich diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Und ich wähle dann einfach das regional für mich zuständige Finanzamt aus. Wenn du nicht genau weißt, welches Finanzamt für dich zuständig ist, dann google einfach mal deine Adresse plus zuständiges Finanzamt. Und dann wird dir das meistens schon in so einem Snippet in den Google Suchergebnissen angezeigt, welches Finanzamt für dich oder für deine Adresse zuständig ist. Und wenn du schon eine Steuernummer haben solltest, was ja durchaus sein kann, weil du vielleicht in der Vergangenheit schon Steuererklärung abgegeben hast, dann kannst du deine bisherige Steuernummer hier eintragen. Und ich habe aber noch keine Steuererklärung abgegeben, deswegen habe ich noch gar keine Steuernummer. Und sage deswegen hier bei der Frage, ist eine Steuernummer für das Finanzamt Pankow-Weißensee vorhanden, sage ich einfach, nein, habe ich noch nicht. Und damit kann ich diesen ganzen Abschnitt mit Klick auf Fertig abschließen. Und ich sehe jetzt, diesen Teil habe ich schon einmal erledigt. Das heißt, ich muss jetzt noch diese drei Bereiche durcharbeiten. Und ich sehe auch hier in der Übersicht, den Bereich habe ich schon erledigt und die ganzen anderen Bereiche muss ich noch einmal durcharbeiten. Und das machen wir doch direkt. Und zwar mit den Angaben zu der steuerpflichtigen Person, also zu mir persönlich oder in deinem Fall zu dir persönlich. Ich klappe das noch einmal wieder ein. Und im nächsten Schritt geht es um die persönlichen Daten. Also ganz konkret Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, deine Steueridentifikationsnummer. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, in Deutschland haben wir eine ganze Reihe an Steuernummern. Eben gerade hast du ja schon deine normale Steuernummer eingetragen. Also die normale Steuernummer, unter der du auch deine Steuererklärung abgibst. Oder das ist auch das, was du bekommst, nachdem du den Fragebogen ausgefüllt hast, bekommst du eine normale Steuernummer. Das ist die Steuernummer, die zu deinem Finanzamt gehört und die du auch auf deine Rechnung schreibst. Wir alle haben aber auch eine persönliche Steueridentifikationsnummer. Diese persönliche Steueridentifikationsnummer hast du irgendwann mal zur Geburt bekommen. Oder wenn du nicht in Deutschland geboren wurdest, dann hast du dich ja irgendwann in Deutschland mal steuerlich registriert und dann hast du diese Steueridentifikationsnummer bekommen. Diese Steueridentifikationsnummer steht zum Beispiel auch auf den Steuerbescheiden. Das heißt, wenn du jemals schon mal einen Steuerbescheid bekommen hast, dann steht auch die persönliche Steueridentifikationsnummer auf diesem Steuerbescheid. Die Steueridentifikationsnummer steht aber auch zum Beispiel auf dem Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerjahresbescheinigung, die du von deinem Arbeitgeber bekommst. Und in vielen Fällen tatsächlich auch auf deinen Gehaltsabrechnung. Das heißt, wenn du gerade nicht genau weißt, wo du deine persönliche Steuer-ID finden kannst, dann schau da einmal vorbei. Als nächstes kommen wir zu einer Frage, wo es ganz viele Rückfragen gibt. Und zwar musst du hier den ausgeübten Beruf eintragen, also deinen ausgeübten Beruf. Und es kann ja gerade sein, dass du als irgendwas angestellt bist. Und jetzt machst du dich gerade selbstständig mit einem neuen Beruf. Das heißt, hier stellt sich die Frage, welchen Beruf soll man denn hier eintragen? Und hier geht es vor allen Dingen um den Beruf, den du jetzt in Zukunft ausführst. Das heißt, wenn du dich jetzt selbstständig machst mit einem neuen Beruf, dann schreibst du hier diesen neuen Beruf rein. Aber um so ein bisschen Druck rauszunehmen, dieses Feld ist ja jetzt nicht irrelevant, hat aber auch keine große Bedeutung. Das heißt, es ist so für interne Zwecke, für Statistik und so weiter. Ehrlicherweise ist es nicht so schlimm, wenn du hier irgendwas reinschreibst, was jetzt nicht so 100% richtig ist oder sich das verändert. Es interessiert in der Praxis ehrlicherweise nicht so richtig, was du hier reinschreibst. Was viel mehr interessiert, ist deine Religion. Warum? Weil wir in Deutschland eine Kirchensteuer haben. Das heißt, wenn du in einer Kirche bist, dann zahlst du Kirchensteuer. Und das muss das Finanzamt natürlich wissen, einfach für die Berechnung der Steuer. Wenn du in keiner Kirche bist, dann sagst du einfach nicht kirchensteuerpflichtig und gehst zum nächsten Feld. Und die nächste Frage ist, ob du in den letzten drei Jahren irgendwann mal eine Einkommensteuererklärung abgegeben hast. Weil dann existiert im übertragenen Sinne schon eine Akte im Finanzamt über dich. Das heißt, dann gibt es da schon Informationen und dann muss das Finanzamt jetzt mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung dich nicht komplett neu anlegen, sondern dann können sie natürlich alle Informationen, die Korrespondenz, deine sonstigen Einkünfte aus der Vergangenheit einfach nehmen, weil das dann alles schon vorhanden ist. Hier klickst du entweder auf Nein, wenn du in den letzten drei Jahren keine Steuererklärung gemacht hast, oder auf Ja und dann solltest du natürlich angeben, bei welchem Finanzamt. Wenn du umgezogen bist, dann kann es ja unter Umständen sein, dass du deine Steuererklärung an ein anderes Finanzamt geschickt hast, als das Finanzamt, das jetzt diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bekommt. Das heißt, hier solltest du das Ganze einmal ausfüllen. Und dann wirst du gefragt nach deiner aktuellen Adresse. Die Adresse ist natürlich wichtig, um herauszufinden, welches Finanzamt ist denn jetzt eigentlich für dich zuständig? Und natürlich ist eine ganz entscheidende Frage, hast du deinen aktuellen Wohnsitz denn eigentlich in Deutschland? Wenn nicht, dann möchte das Finanzamt natürlich trotzdem deine Adresse haben. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch ihren aktuellen Wohnsitz noch in Deutschland haben. Das heißt, hier Straße, Hausnummer, Adresse ergänzen, Postleitzahl, Wohnort und so weiter hier einmal eintragen. Wenn du ein Postfach hast, kannst du das hier auch angeben. Und ganz wichtig, das spielt so ein bisschen auf das ein, was ich eben schon gesagt habe, wenn du in den letzten zwölf Monaten umgezogen bist, dann solltest du hier bitte auch einmal auf Ja klicken. Dann kann das sein, dass all diese Unterlagen nicht in dem Finanzamt liegen, die jetzt gerade diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bekommen, sondern irgendwo in Deutschland in einem anderen Finanzamt. Und zwar in dem Finanzamt, was bisher für dich zuständig war. Das heißt, wenn du im letzten zwölf Monaten umgezogen bist, dann klickst du hier auf Ja und schreibst noch einmal rein, wann du exakt umgezogen bist. Dann kann nämlich dein neues Finanzamt die Akte in deinem bisherigen Finanzamt anfordern und hat dann gleich alles an einer Stelle. Mit einem Klick auf Fertig ist auch dieser Bereich, also der Bereich steuerpflichtige Person abgeschlossen und wir können zum nächsten Bereich gehen und zwar zu dem Bereich Ehepartner Lebenspartner. Warum ist das wichtig? Wenn du verheiratet bist, kannst du mit deinem Ehepartner eine zusammen veranlagte Einkommensteuererklärung abgeben. Das heißt, dann ist auch das Einkommen und auch die Ausgaben, die steuerlich relevanten Ausgaben für dich und deinen Steuersatz relevant. Und hier in diesem ganzen Fragebogen geht es ja einmal darum, dass das Finanzamt alle Informationen über deine Selbstständigkeit erhält, aber dich natürlich auch in gewisser Weise steuerlich einschätzt. Wie viel Umsatz, wie viel Gewinn ist da zu erwarten? Welche steuerlichen Wahlrechte übst du aus? Und auch ganz, ganz wichtig, wie hoch sollen denn die Vorauszahlungen sein von dir, die du quartalsweise zu zahlen hast? Und das ist natürlich extrem abhängig von deinem individuellen Steuersatz. Und dieser individuelle Steuersatz ist abhängig unter anderem auch vom Einkommen deines Ehepartners. Natürlich ist dieser Bereich wahnsinnig schnell ausgefüllt, wenn du einfach nicht verheiratet bist. Dann klickst du hier nämlich einmal drauf und sagst bei der Frage, ist die steuerliche Person ledig? Einfach auf ja, fertig und damit ist dieser Bereich abgeschlossen. Wenn du allerdings verheiratet bist, dann klickst du hier natürlich auf nein, wählst hier den Familienstand aus, zum Beispiel verheiratet und dann braucht das Finanzamt natürlich noch eine ganze Reihe an weiteren Informationen über den Ehepartner. Also seit wann seid ihr verheiratet? Auch da natürlich Name, Vorname, Geburtstag, Geburtsdatum, Steueridentifikationsnummer, auch hier wieder persönliche Steueridentifikationsnummer, ausgeübter Beruf, auch da Religion natürlich interessant und ob ihr zusammen wohnt. Also hatte der Ehepartner unter Umständen noch eine andere Adresse? Und wenn du all das ausgefüllt hast, klickst du natürlich auch hier wieder auf fertig und wir haben auch diesen Bereich abgeschlossen. Der vierte und letzte Bereich im ersten Drittel, also bei den persönlichen Angaben heißt Telefon und Internet. Da muss man eventuell dazu sagen, dass viele dieser Angaben freiwillig sind. Du musst dem Finanzamt nicht deine Telefonnummer mitteilen. Du musst dem Finanzamt auch nicht deine Webseite mitteilen. Erst recht nicht, wenn du noch gar keine hast. Viele Gründer bauen jetzt nicht als erstes ihre Webseite, sondern fangen jetzt erstmal an sich steuerlich zu registrieren und so weiter. Und ja, dann kannst du natürlich dem Finanzamt auch noch gar keine Webseite mitteilen. Das ist vielleicht generell auch so eine Maßgabe. Du musst nicht alle Felder ausfüllen. Wenn du bei bestimmten Feldern etwas einfach noch nicht weißt, dann lässt du sie einfach leer. Bei Visosteuer ist es auch so praktisch, dass dir Visosteuer einfach Hinweise gibt, was du ausfüllen musst und was du auch eher leer lassen kannst und so weiter. Das heißt, hier helfen die Hinweise und die Tipps, die man auf der rechten Seite bekommt und die man teilweise auch so als Einblendung bekommt, die helfen wirklich weiter. Das ist das Problem bei Elster Online. Da versteht man die Fehlermeldung unter Umständen nicht. Manchmal bekommt man da zwar eine Fehlermeldung, weil irgendwas ein Pflichtfeld ist, aber man kann da gar nichts eintragen, weil es diese Informationen einfach nicht gibt. Das heißt, bei Elster Online kommst du immer wieder zu dem Punkt, dass das Ganze einfach nicht nachvollziehbar ist, was diese Software eigentlich von einem möchte. Und dann fängt man irgendwann an, irgendwas einzutragen, einfach nur in der Hoffnung, dass dieses Formular endlich mal abgeschickt wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht Visosteuer ganz erheblich besser. Und genau das können wir hier auch sehen. Telefon, Landesvorwahl, Ausland, Ortsvorwahl, Rufnummer. Ich kann jetzt noch weitere Telefonnummer angeben. Aber hier rechts steht auch, die Angabe der Telefonnummer ist freiwillig. Das heißt, das Ganze musst du nicht machen. Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich habe meine Telefonnummer beim Finanzamt angegeben, weil ich es mir wünschen würde, dass wenn kleinere Fragen auftauchen, dass das Finanzamt mich einfach anruft und dass ich das einfach direkt beantworten kann. Genau das Gleiche gilt ehrlicherweise für eine E-Mail-Adresse. Aber mein Finanzamt und die Sachbearbeiter, die meine Fälle bearbeiten, die rufen mich nie an und schreiben mir nie eine E-Mail. Ich kriege ständig Briefe. Aber wenn du die Hoffnung nicht aufgeben möchtest, dann kannst du all diese Informationen natürlich auch hier eintragen, genauso wie ich es irgendwann mal gemacht habe. Und zusammenfassend kann man ehrlicherweise sagen, alles auf dieser Seite ist freiwillig. Das heißt, du kannst diesen ganzen Bereich Telefon und Internet auch einfach überspringen und auf Fertig klicken und dann hast du auch diesen Bereich abgeschlossen. Und damit haben wir tatsächlich auch den gesamten Bereich persönliche Angaben abgeschlossen. Das heißt, die persönlichen Angaben sind abgeschlossen. Wir können hier unten rechts auf Weiter klicken und damit kommen wir zu dem ganzen Bereich des Unternehmens. Also dein Unternehmen, deine Tätigkeit, deine selbstständige Tätigkeit, die du jetzt anmelden möchtest. Und auch hier gibt es einige Unterbereiche und zwar genau fünf an der Zahl und zwar ein paar allgemeine Themen. Deine Bankverbindung, steuerliche Beratung, also falls du einen Steuerberater hast, die Empfangsvollmacht, sehr häufig auch der Steuerberater und die betrieblichen Verhältnisse. Und auch die Bereiche gehen wir natürlich einfach mal Schritt für Schritt gemeinsam durch. Und zwar klicken wir einmal auf Allgemeines. Und Allgemeines ist zuallererst erstmal die Beschreibung der Tätigkeit. Was machst du eigentlich ganz genau in deiner Selbstständigkeit? Beziehungsweise planst du zu machen? Und hier solltest du dir, ich würde mal sagen, dein unternehmerisches Feld nicht zu sehr eingrenzen. Das heißt, versuche hier eher allgemein und weit zu beschreiben, was du tust. Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel. Ich könnte hier jetzt Art der Tätigkeit reinschreiben. Videoproduktion für den YouTube-Kanal Steuerfit für Selbstständige. Das wäre wahr, aber es wäre auch sehr, sehr eng, weil was ist, wenn ich meinen Kanal umbenenne oder wenn ich plötzlich, keine Ahnung, Instagram-Kanal habe. Wir sind übrigens auch auf Instagram, schaut gerne vorbei und da auch was veröffentlichen möchte. Dann stimmt das schon nicht mehr mit dem YouTube-Kanal Steuerfit für Selbstständige. Wenn ich hier aber sowas reinschreibe, Produktion von audiovisuellen Inhalten und deren Vermarktung, dann ist das Feld halt einfach sehr viel weiter und ich könnte auch Auftragsarbeit machen. Ich kann irgendwelche neuen Social-Media-Kanäle bespielen. Ich kann das auch in einem ganz anderen Kontext produzieren und veröffentlichen und so weiter. Ich glaube, anhand des Beispiels wird deutlich, was ich sagen möchte. Du solltest dich hier nicht zu konkret auf deine ganz eine Idee, die du jetzt gerade hast, versteifen, sondern dir ein bisschen Luft geben, damit sich deine Selbstständigkeit auch weiterentwickeln kann. Nicht, dass du bei der nächsten Auftragsanfrage von deinem Kunden gleich schon denken musst, shit, ich habe dem Finanzamt was ganz anderes erzählt, was ich mache. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, du kannst dem Finanzamt auch jederzeit später noch sagen, dass du jetzt auch noch mehr machst und so weiter. Du kannst auch generell hier mehrere Dinge auflisten. Es ist nur für dich erstmal wichtig, dass du dich nicht zu sehr eingrenzt, weil meine Erfahrung aus, ich glaube, sechs Gründungen ist, so eine Selbstständigkeit entwickelt sich dynamisch und nicht alles funktioniert so, wie man es sich vorgestellt hat. Einiges funktioniert viel besser, andere sehr viel schlechter und irgendwie wird dadurch auch das Betätigungsfeld, in dem man aktiv ist, verändert sich laufen und von daher bleib hier ruhig etwas allgemeiner. Und wenn es notwendig ist, kannst du das Ganze hier auch noch ein bisschen weiter ausführen. Das heißt, hier schreibst du nur ganz knapp rein und hier kannst du eine längere Erläuterung schreiben, was genau du denn da jetzt machst. Als nächstes schreibst du hier den Beginn der Tätigkeit rein. Ganz, ganz wichtig, Beginn der Tätigkeit ist wirklich der Tag, an dem du anfängst, unternehmerisch tätig zu sein. Und nicht der Tag, an dem du die erste Rechnung schreibst, ist auch nicht der Tag, an dem du den ersten Umsatz auf dem Konto hast, sondern der Tag, an dem du ja den ersten Vertrag unterschreibst oder einen Dienstleister beauftragst, ein Gründungsseminar buchst, vielleicht ein Entzugticket buchst, um auf eine Gründermesse zu fahren. Das heißt, das erste Mal, wo du wirklich anfängst, aktiv am Wirtschaftsgeschehen als selbstständige Person teilzunehmen. Das ist dein Beginn deiner Selbstständigkeit und dieses Datum schreibst du hier rein. Und dieses Datum solltest du auch nicht zu spät setzen, denn Betriebsausgaben vor diesem Termin sind teilweise nur eingeschränkt abziehbar. Dazu gibt es übrigens vertiefendes Video unten in der Videobeschreibung. Schau da gerne vorbei. Aber ganz wichtig, hier solltest du den Termin nicht zu spät einfach wählen. Dann wirst du hier nach dem Namen der Bezeichnung gefragt und zwar dem Namen deines Unternehmens. Und da ist es wahnsinnig wichtig, dass du dir als Einzelunternehmen, wenn du nicht im Handelsregister eingetragen bist, was du in den meisten Fällen nicht brauchst und deswegen auch nicht machen solltest, weil es einfach unnötige Bürokratie für dich ist, dann kannst du dir keinen reinen Fantasienamen geben. Das heißt, ich könnte mich jetzt hier nicht Steuerfit nennen. Das ist ein reiner Fantasiename. Der Name meines Unternehmens ist immer inklusive meinem Namen. Das heißt, mein Unternehmen heißt im Wesentlichen so wie ich. Schauen uns mal hier auch den Hilfetext an. Hier sind ein paar Beispiele genannt. Zum Beispiel Imbiss Balkangrill, Inhaber Horst Spieß. Das ist ein Beispiel, wie du dich nennen dürftest, weil hier Horst Spieß mit drin steht. Du kannst dich auch Otto Müller Gerüstbau nennen. Also wenn du Gerüstbau machst und Otto Müller heißt. Wichtiger Hinweis an der Stelle. Oder ich könnte mich beispielsweise nennen Melchior Neumann Videoproduktion oder Melchior Neumann Steuerfit. Das wäre möglich. Wichtig an der Stelle ist aber, dein Name ist Teil deines Firmennamens. Und wenn du jetzt ja keinen fancy Namen hast, keinen Brand hast, den du aufbauen möchtest, dann schreibst du hier einfach deinen Namen rein. In dem Fall könnte ich hier einfach Melchior Neumann reinschreiben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das heißt nicht, dass du dir nicht Brand überlegen kannst. Du kannst auch Flyer produzieren, eine Webseite produzieren. Du kannst alles werbematerialmäßig machen. Du kannst sogar auf deinen Rechnungen groß drüber schreiben Steuerfit. Also ich könnte das machen, nicht du, weil Steuerfit ist mein Name. Aber ich könnte groß Steuerfit drüber schreiben. Wichtig ist nur, dass auch irgendwo Melchior Neumann steht. Weil der rechtlich korrekte Name meines Unternehmens wäre immer Melchior Neumann. Und dann kann es ja unter Umständen sein, dass du ein separates Büro hast oder eine Werkstatt hast, ein Ladengeschäft hast. Das heißt, dein Unternehmen ist nicht da, wo du privat wohnst. Wir haben ja schon deine private Adresse eingetragen, so in dem ersten Bereich. Aber wenn dein Unternehmen noch woanders einen Sitz hat, dann solltest du hier auch nochmal die Adresse eingeben. Das heißt, stimmt die Adresse des Unternehmens mit der Wohnadresse überein. Ist der Fall, wenn du zu Hause arbeitest. So wie bei mir. Ich sitze gerade im Homeoffice. Das heißt, ich habe eine Adresse, wo ich meine Videos drehe und wo ich auch meine Buchhaltung mache, wo ich Kunden akkuriere und so weiter. Das mache ich alles an einer Adresse. Wenn das nicht der Fall ist, klickst du hier auf Nein und dann wirst du natürlich nochmal gefragt nach der Adresse, wo denn dein Unternehmen den Sitz hat. Das ist deswegen wichtig, weil das Finanzamt unterscheidet zwischen deinem Betriebssitz und deinem Wohnsitz. Denn einige Steuerarten, die du als Selbstständiger zahlen musst, sind Betriebssteuern. Und zwar die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuer. Und die fallen dann am quasi Betriebssitz an. Und wenn das in einer anderen Gemeinde ist, dann hast du sogar ein anderes Finanzamt für diese beiden Steuerarten. Das ist dann dein Betriebssitz-Finanzamt. Und die private Steuer, also die Einkommenssteuer, dafür ist dann das Finanzamt, das für deinen Wohnsitz zuständig ist, verantwortlich. Das heißt, das ist dann dein Wohnsitz-Finanzamt. Nur, dass du es mal gehört hast. Dann hättest du nämlich unter Umständen sogar zwei unterschiedliche Steuernummern. Einmal für die betrieblichen Steuern und einmal für die privaten Steuern. Dann kommen wir zu einer sehr abgefahrenen Frage. Und zwar, hat die Geschäftsleitung die gleiche Adresse wie das Unternehmen? Denn theoretisch wäre es ja möglich, dass du zu Hause wohnst. Das ist logisch, das ist bei allen so. Du hast dein Unternehmen irgendwo. Zum Beispiel eine Halle, eine Werkstatt. Und die Geschäftsleitung arbeitet aber woanders. Das heißt, du hast woanders nochmal ein Büro, von dem die Geschäftsleitung arbeitet. Das heißt, dann hast du deinen Wohnsitz, dann hast du deinen Unternehmenssitz und dann hast du den Sitz der Geschäftsleitung. Das kann theoretisch auseinanderfallen. Ehrlicherweise ist das bei Einzelunternehmen, bei Freiberuflern, bei Gewerbetreibenden relativ selten der Fall. Wenn dein Unternehmen aber ein bisschen größer ist, dann kann das durchaus sein. Und wenn das der Fall sein sollte, dann möchte das Finanzamt natürlich auch nochmal die Adresse von dem Sitz der Geschäftsführung haben. Das sollte ehrlicherweise in deinem Fall nur äußerst selten sein. Und dann wird hier noch einmal nach Kontaktdaten gefragt. Hier geht es natürlich jetzt um die Kontaktdaten deines Unternehmens und nicht deine privaten. Auch hier wieder, diese Angaben sind freiwillig und ehrlicherweise in den meisten Fällen bei euch auch ja komplett identisch mit den privaten Angaben. Im nächsten Schritt wirst du nach dem Handelsregister gefragt. Das ganze Thema möchte ich hier an dieser Stelle nicht zu groß machen. Du als Einzelunternehmen bist in der Regel nicht im Handelsregister eingetragen und musst das auch nicht tun und deswegen sind die richtigen Antworten hier an dieser Stelle mit Nein. Wenn dich das ganze Thema Handelsregister noch mehr interessiert, dann findest du in der Videobeschreibung dazu weitere Informationen und damit würde ich das Ganze an der Stelle auch sein lassen. Was spannender ist, ist die Gründungsform. Denn es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man gründen kann. Wir alle denken ganz spontan an, ja, gründen halt einfach. Das heißt, man startet irgendeine Selbstständigkeit. Aber es gibt auch Unternehmen, die anders entstehen. Und hier klicken wir einfach mal auf das Dropdown-Menü, Neugründung. Das ist genau das, was wahrscheinlich alle von uns im Kopf hatten. Aber eine Sitzverlegung ist in gewisser Weise auch eine Art von Neugründung. Zumindest musst du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei einer Sitzverlegung unter Umständen nochmal ausfüllen. Was aber tatsächlich auch regelmäßig vorkommt, ist die Übernahme. Das heißt, du hast das Unternehmen einfach gekauft von irgendwem und betreibst das jetzt einfach weiter. Das gibt es natürlich auch. Oder du hast zwei Unternehmen, die du jetzt zusammenlegst. Das heißt, du verschmilzt diese beiden Unternehmen und daraus entsteht ein neues Unternehmen. Und das ist natürlich wichtig, weil wenn du sagst, das ist quasi ja eine Übernahme, ein Kauf, dann möchtest Finanzamt natürlich wissen, von wem hast du das Ganze gekauft. Also wer war der vorherige Eigentümer? Und wo hatte dieses Unternehmen vorher den Sitz? Wie war das steuerlich registriert und abgewickelt und so weiter? Das Ganze ist natürlich weniger interessant, wenn du gerade bei Null startest. Das heißt, bei einer Neugründung gibt es das Ganze ja gar nicht. Aber deswegen ist die Frage natürlich an dieser Stelle vollkommen berechtigt. Und im nächsten Schritt wirst du dann noch einmal gefragt nach dem Gründungsdatum. Das wird bei den meisten von euch das Datum sein, was du hier oben auch schon eingetragen hast. Das fällt ehrlicherweise bei so einem Einzelunternehmen nicht so richtig auseinander. Bei anderen Rechtsformen kann das durchaus sein, dass der Beginn der Geschäftstätigkeit und das Gründungsdatum unterschiedlich ist. Das ist bei den meisten Freiberuflern und Einzelunternehmen, die einfach sich selbstständig machen, nicht der Fall. Das heißt, hier schreibst du mehr oder weniger eigentlich das gleiche Datum wieder rein. Solltest du auch machen, um nicht irgendwie unnötige Rückfragen und Missverständnisse irgendwie zu produzieren. Deswegen schreibt er das gleiche Datum rein. Die nächste Frage sind Angaben zur Gewinnermittlung. Denn es gibt in Deutschland mehrere Arten und Weisen, wie man seine Buchhaltung erledigen kann. Im Wesentlichen gibt es eigentlich zwei. Und zwar einmal die Einnahmenüberschussrechnung, das ist so die einfache Art der Buchhaltung. Dann machst du eine relativ einfache Buchhaltung und das Ergebnis ist dann die sogenannte Einnahmenüberschussrechnung. Und die Einnahmenüberschussrechnung, Abkürzung EÜR, die trägst du ein in die Anlage EÜR, die eine Anlage ist zu deiner Einkommensteuererklärung. Das machst du, wenn dein Unternehmen relativ klein ist. Dann gibt es eine aufwendigere Form der Buchhaltung. Die ist deutlich formeller. Sie ermöglicht dir mehr steuerliche Gestaltung, ist aber tatsächlich auch sehr viel mehr Arbeit. Das ist die doppelte Buchhaltung. Diese doppelte Buchhaltung ist auch bekannt als Betriebsvermögensvergleich. Hier vielleicht an dieser Stelle. Wenn du freiberuflich tätig bist, dann kannst du immer eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen und dann solltest du das auch tun. Es ergibt nicht wirklich Sinn, freiwillig eine kompliziertere Buchhaltung zu machen, weil es ergibt halt keinen Sinn. Das heißt, wenn du Freiberufler bist, dann trägst du hier immer Einnahmenüberschussrechnung ein. Wenn du gewerblich tätig bist, dann musst du deine Umsätze und deine Gewinne anschauen. Denn du kannst als Gewerbetreibender die Einnahmenüberschussrechnung machen, wenn dein Gewinn unter 80.000 Euro liegt und dein Umsatz unter 800.000 Euro liegt. Das heißt, 80.000 Gewinn, 800.000 Umsatz. Wenn du als Gewerbetreibender darunter liegst, dann kannst du die Einnahmenüberschussrechnung wählen. Wenn du eine der beiden Grenzen überschreitest, dann musst du hier Betriebsvermögensvergleich wählen, weil du dann eine Bilanzierung erstellen musst. Zu dem Thema findest du übrigens auch unten in der Videobeschreibung noch vertiefende Videos. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass ich eine Einnahmenüberschussrechnung erstelle. Schließlich bin ich Schriftsteller und Schriftsteller sind Freiberufler. Die nächste Frage beantwortest du bitte, bitte mit Nein. Und zwar lautet die Frage, liegt einem vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr vor? Es ist theoretisch möglich, seine Buchhaltung nicht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember zu machen. Das ist ja normalerweise das Kalenderjahr und du ermittelst, wie viel Gewinn du in einem Jahr gemacht hast und versteuerst dann den Gewinn in diesem Jahr. Für einige Geschäftsmodelle und einige Unternehmen ergibt es aber Sinn, das nicht so zu machen, sondern das Ganze irgendwie so zu verschieben. Als Beispiel Fußballvereine. Die Fußballsaison geht vom 1.7. bis zum 30.6. Deswegen machen relativ viele Fußballvereine, wenn nicht sogar alle, ihre Buchhaltung immer vom 1.7. bis zum 30.6. Halt immer für eine Saison. Deswegen haben sie immer ihren Jahresabschluss, also ihre Bilanz mit dem Stichtag 30.6. Du bist kein Fußballverein und du möchtest diese Komplexität und diese unnötige Arbeit auch nicht haben. Deswegen bitte hier einfach Nein anklicken. Und wenn du Betriebsstätten haben solltest, was die meisten von uns nicht haben sollten, dann klickst du hier einfach auf Ja und musst dann noch weitere Angaben machen zu deinen Betriebsstätten, also die einzeln erfassen, wo du jeweils Betriebsstätten hast. Die wenigsten Selbstständigen haben Betriebsstätten, deswegen klickst du hier einfach Nein und klickst auf Fertig und hast dann damit diesen Abschnitt abgeschlossen. Der nächste Bereich ist die Bankverbindung, also deine Bankverbindung. Und da klicken wir natürlich auch einmal darauf und hier wird unterschieden zwischen Erstattung von privaten Steuern und Erstattung von betrieblichen Steuern. Diese Unterscheidung hatten wir eben schon einmal. Betriebliche Steuern sind Gewerbesteuer und Umsatzsteuer und die private Steuer ist die Einkommensteuer. Und es kann natürlich sein, dass du sagst, okay für die Einkommensteuer nimmst du ein privates Konto. Und für die geschäftlichen, also betrieblichen Steuern nimmst du dein Geschäftskonto. Und hier an dieser Stelle, du solltest bitte wirklich zum Wohle der Ordnung, zum Wohle deiner Buchhaltung, zum Wohle deiner finanziellen Stabilität und Übersichtlichkeit separate Bankkonten haben. Also ein Geschäftsbankkonto und ein privates Bankkonto. Es kann natürlich sein, dass du jetzt hier sitzt und sagst, ich habe ja noch gar kein Geschäftskonto. Ich meine, ich mache mich gerade erst selbstständig. Wieso sollte ich denn jetzt schon ein Bankkonto haben separat ist für meine Selbstständigkeit? Und da hast du natürlich vollkommen recht. Du füllst ja gerade erst den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus. Warum solltest du denn jetzt schon ein Geschäftskonto haben? Und in diesem Zusammenhang vielleicht auch ein wichtiger Hinweis, du musst das Ganze nicht ausfüllen. Also du musst dem Finanzamt nicht deine Kontoverbindung mitteilen für Steuererstattung. Das kannst du auch noch machen, wenn du denn eine Steuererstattung bekommst. Dann schreibst du dem Finanzamt eine E-Mail mit deiner Kontoverbindung und dann überweisen die das Geld halt auf dieses Konto. Überhaupt gar kein Problem. Und vielleicht ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, weil relativ häufig Fragen kommen zum Thema Bankkonto. Ja, ich empfehle ein separates Bankkonto. Übrigens findest du meine Empfehlungen für ein Geschäftskonto unten in der Videobeschreibung. Das ist auch das Konto, was ich persönlich privat nutze. Was aber wichtig ist, ist bei der Kontoeröffnung musst du eine Steuernummer angeben. Und ich höre ganz häufig, dass man ja noch kein Geschäftskonto eröffnen kann, wenn man noch keine Steuernummer hat, weil man bekommt die Steuernummer ja erst als Antwort auf diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Dafür ist aber wichtig zu wissen, dass die Bank nicht die normale Steuernummer haben möchte, sondern auch die persönliche Steueridentifikationsnummer und die habt ihr schon. Das heißt, du kannst dein Geschäftskonto auch schon eröffnen, bevor du eine Steuernummer bekommen hast. Das heißt, du kannst das jetzt auch sofort machen, weil die Steueridentifikationsnummer, die solltest du auf jeden Fall schon haben. Ja, und wenn du dich dagegen entschieden hast, dem Finanzamt die Kontoverbindung mitzuteilen oder sie jetzt hier eingetragen hast, dann klickst du auf Fertig und damit hast du den Bereich auch abgeschlossen. Und damit kommen wir zum nächsten Bereich und zwar der steuerlichen Beratung. Sprich, hast du einen Steuerberater, der für dich tätig sein soll, der für dich Steuererklärungen erstellen und abgeben soll. Wenn ja, dann klickst du hier auf Ja und dann musst du natürlich dem Finanzamt einmal mitteilen, welcher Steuerberater denn für dich sprechen darf. Das ist natürlich wichtig, dass das Finanzamt das weiß, welcher Steuerberater dich denn vertreten darf. Wenn das nicht der Fall ist und du das erst einmal selber machen möchtest, das ist auch vollkommen möglich, das ist legal, du kannst das ohne Probleme machen. Wieso Steuer ist tatsächlich eine fantastische Lösung, um tatsächlich auch selbst deine Steuererklärung auch als Selbstständiger zu machen. Dann kannst du das einfach selber auch machen oder versuchen erst einmal. Und selbst wenn du auch noch keinen gefunden hast, das aber gerne machen möchtest. All diese Informationen, die du hier einträgst, kannst du auch jederzeit dem Finanzamt später noch einmal mitteilen. Das heißt, es ist nur so ein Erstaufnahmebogen. Das heißt, du kannst auf jeden Fall auch einfach hier auf Nein klicken und sagen, nee, gibt es gerade noch nicht. Ich überlege mir das später. Ich versuche es erst einmal. Oder ich habe halt auch einfach noch keinen gefunden. Dann lässt du das Ganze einfach leer. Das gleiche gilt für die Empfangsvollmacht. Bei dem Steuerberater geht es so ein bisschen um die Vertretungsvollmacht. Also wer darf in deinem Namen eigentlich eine Steuererklärung abgeben und dem Finanzamt irgendwelche Mitteilungen geben. Aber es geht ja nicht nur darum, wer darf dem Finanzamt etwas mitteilen, etwas schicken, sondern auch ganz häufig darum, wer darf denn von dem Finanzamt Informationen empfangen. Also wem darf der Sachbearbeiter im Finanzamt Auskünfte geben? Wer darf den Steuerbescheid empfangen? Wer darf generell Briefe vom Finanzamt empfangen? Und das bist natürlich erst einmal du. Aber wenn du einen Steuerberater hast, ergibt es natürlich Sinn, dass der Steuerberater direkt zum Beispiel den Steuerbescheid bekommt, damit er diesen Steuerbescheid prüfen kann. Oder wenn das Finanzamt einen Brief schickt mit Rückfragen zu deiner Einnahmenüberschussrechnung, dann ergibt es natürlich Sinn, dass dieser Brief an einen Steuerberater geht, damit sich der Steuerberater darum kümmern kann und direkt die Antworten an das Finanzamt schicken kann. Das heißt, zwischen der Vertretung, also deiner Vertretung, gibt es die Vertretungsvollmacht und es gibt auch gleichzeitig noch die Empfangsvollmacht. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Du kannst zum Beispiel auch sagen, mein Steuerberater soll mich nur vertreten, also die Steuererklärungen abgeben, aber die Briefe, die das Finanzamt rausschickt, die möchte als erstes ich bekommen und dann kann ich sie weiterleiten an den Steuerberater. Das kannst du frei auswählen. Hier geht es um die Empfangsbevollmächtigung. Das heißt, hier kannst du das nochmal separat ausfüllen. Wäre dann unter Umständen natürlich auch der gleiche Steuerberater. Wenn du das hier ausgefüllt hast oder dich dagegen entschieden hast, dann klickst du auf Fertig und hast auch diesen Bereich abgeschlossen. Im letzten Teil des zweiten Drittels geht es um die betrieblichen Verhältnisse und das sind so ein paar spezielle Fragen, wie zum Beispiel die bisherige betriebliche Situation. Also warst du in den letzten fünf Jahren irgendwann schon mal unternehmerisch tätig? Also hattest du ein Gewerbe, hattest du eine Freiberuflichkeit, hattest du eine Beteiligung an einer Personengesellschaft oder an einer Kapitalgesellschaft, zumindest 1%, dann klickst du das hier und musst dann entsprechend auch nochmal angeben, was du genau wo wie gemacht hast, damit das Finanzamt alles weiß, dass es da eine gewisse Historie gibt und so weiter. Dann wirst du gefragt, ob du zu einem Konzern gehörst. Gehe ich mal sehr stark davon aus, dass nein. Falls du dieses Video siehst und tatsächlich zu einem Konzern gehörst, schreib mir einen Kommentar, dann wärst du wahrscheinlich die Nummer 1 jemals, die meine Videos schaut und zu einem Konzern gehört. Und dann gibt es hier noch Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b Einkommenssteuergesetz. Hier geht es um das ganze Thema Bauleistung. Das wird die meisten von euch auch nicht betreffen. Wenn es euch betrifft, dann schreibt mir da gerne tatsächlich einen Kommentar unter diesem Video, dann helfe ich dir einfach im Kommentarbereich weiter. Das sollte aber für die meisten von euch nicht relevant sein, deswegen möchte ich hier an dieser Stelle nicht so ausführlich darauf eingehen. Und wenn du diese drei Fragen beantwortet hast, dann haben wir tatsächlich auch das zweite Drittel abgeschlossen und gehen hier auf Fertig. Und jetzt wird es ehrlicherweise wirklich interessant. Jetzt geht es nämlich um steuerliche Angaben. Und hier geht es ein bisschen um die Kalkulation der Vorauszahlungen und so weiter. Das schauen wir uns an und da kommen wir hin, indem wir hier unten einfach auf weiter klicken. Und jetzt sehen wir, wir müssen noch einmal vier Bereiche ausfüllen. Und die haben es wirklich in sich. Da werden wahrscheinlich auch viele Fragen entstehen. Generell, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir dann weiter zu helfen. Hier geht es nämlich einmal voraussichtliche Einkünfte. Da geht es um die Festsetzung der Vorauszahlungen für die Einkommenssteuer und die Gewerbesteuer. Den geht es um das Thema Lohnsteuer, um das Thema Umsatzsteuer und ja generell nochmal Unterlagen. Falls du dem Finanzamt noch ein paar Unterlagen schicken möchtest, wie zum Beispiel Vertretungsvollmacht, Empfangsvollmacht für den Steuerberater, SEPA-Lastschriftmandat und so weiter. Das gucken wir uns jetzt Schritt für Schritt einmal gemeinsam an. Als erstes schauen wir uns aber den Bereich voraussichtlicher Einkünfte für die Vorauszahlungen. Und das Ganze sieht so ein kleines bisschen stupide aus. Ich kann dir aber sagen, dieser Bereich, der sieht im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei Elster Online absolut katastrophal aus. Das ist so unübersichtlich und es ist einfach nicht nachvollziehbar, was da gemacht werden muss. Und im Vergleich dazu hat WiesoSteuer das wirklich fantastisch gelöst. Man muss nämlich wissen, dass das deutsche Einkommenssteuergesetz sieben unterschiedliche Einkunftsarten kennt und deswegen werden hier so viele Fragen gestellt. Und zwar werden Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft erzielt? Also verdienst du Geld mit Land- und Forstwirtschaft? Nein? Dann bleibt es hier bei Nein. Hast du Einkünfte aus Gewerbebetrieb? Unter Umständen ja. Wenn deine Tätigkeit eine gewerbliche Tätigkeit ist und du die jetzt hiermit anmeldest, dann klickst du hier auf Ja und dann musst du einmal eintragen, was du im Gründungsjahr verdienen wirst. Wahrscheinlich wichtig hier Gewinn und im folgenden Jahr. Das heißt, wenn ich mich jetzt im Jahr 2024 selbstständig mache, am 1. Mai 2024 beispielsweise, und erwarte, dass ich in diesem Jahr noch zwischen dem 1. Mai und dem 31. Dezember 10.000 Euro Gewinn mache, dann trage ich hier 10.000 Euro ein. Übrigens, wenn ich davon ausgehe, dass ich im ersten Jahr einen Verlust mache, dann kann ich hier auch einen Verlust eintragen. Also einfach ein Minuszeichen davor. Und dann für das folgende Jahr, also 2025 in meinem Beispiel, könnte ich hier zum Beispiel 30.000 Euro eintragen. Da meine Tätigkeit aber eine freiberufliche Tätigkeit ist, sage ich hier Nein, weil ich habe keine Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Dann werde ich gefragt nach Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Und da muss man wissen, dass das Einkommensteuergesetz nicht das Wort freiberuflich kennt. Also kennt es schon, aber die Gewinne aus Freiberuflichkeit werden tatsächlich im Einkommensteuergesetz Einkünfte aus selbstständiger Arbeit genannt. Natürlich sind Gewerbetreibende auch selbstständig, aber selbstständige Arbeit im Einkommensteuergesetz steht immer für Freiberuflichkeit. Das heißt, hier würde ich jetzt meine zu erwartenden Einkünfte als Schriftsteller eintragen. Also beispielsweise 20.000 Euro und 50.000 Euro. 20.000 Gewinn im Gründungsjahr und 50.000 Euro im folgenden Jahr. Als nächstes werde ich noch gefragt, werden Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit erzielt? Das klingt auch sehr sperrig. Jeder normale Mensch würde sagen, aus einem Job. Also bist du irgendwo angestellt, dann schreibst du hier dein Einkommen rein. Ganz wichtig, hier geht es um das Jahresbruttoeinkommen. Das heißt, was verdienst du im gesamten Jahr, in meinem Beispiel im Jahr 2024, brutto in deinem Job? Warum das ganze Jahr? Weil es die Steuer ja auch im gesamten Jahr berechnet. Das heißt, auch wenn ich erst am 01.05.2024 gründe, muss ich hier mein gesamtes Jahresbrutto für das gesamte Jahr 2024 eintragen und nicht nur mein Einkommen zwischen dem 01.05. und dem 31.12. und dann mein zu erwartendes Einkommen für nächstes Jahr. Hier ein wichtiger Hinweis, hier gilt kein Minijobverhältnis, weil ein Minijobverhältnis ist brutto gleich netto. Das heißt, du als Minijobber zahlst keine Steuern auf dein Minijobverhältnis. Und deswegen verändert das den Steuersatz nicht und verändert auch nicht potenzielle Steuervorauszahlungen auf die Gewinne für deine Selbstständigkeit. Deswegen, Minijobs kannst du hier einfach unter den Tisch fallen lassen, interessiert hier für diese Berechnung gar nicht. Denn diese ganze Übung machst du hier an dieser Stelle nur, damit das Finanzamt quartalsweise Vorauszahlungen für die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer schätzen kann. Nur dafür ist das da. Und deswegen vielleicht an der Stelle auch ein genereller Hinweis. Du kannst das hier grob schätzen. Natürlich weißt du nicht, was du im ersten Jahr an Gewinn machst. Natürlich weißt du auch nicht, was du im nächsten Jahr an Gewinn machst. Du kannst das so auf grobe, ja auf 5000er ungefähr runden. Vielleicht kriegst du auch eine Gehaltserhöhung. Vielleicht gehst du nächstes Jahr mit deinen Stunden in deinem Anstellungsverhältnis runter. Das weißt du unter Umständen heute noch nicht. Deswegen runde hier ganz grob und ganz, ganz wichtig, setz das nicht zu hoch an. Ich habe sechsmal gegründet in meinem Leben und kein einziges Mal habe ich es geschafft, in meinem eigenen Zeitplan zu bleiben. Das dauert immer alles länger, bis Aufträge reinkommen, bis man dann eine Rechnung schreiben kann, bis man dann das Geld tatsächlich auch auf dem Konto hat. Das dauert einfach immer alles sehr viel länger. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du hier ganz überambitioniert, jetzt 100.000 Euro reinschreibst, dann sind es aber nur 50.000 Euro. Das Finanzamt denkt aber, es sind 100.000 Euro und setzt dir Vorauszahlung basierend auf 100.000 Euro Einkommen rein. Und das wäre halt super ungünstig. Deswegen lieber ein bisschen Tiefstapeln hier, weniger eintragen. Das ist auch keine Steuerhinterziehung, weil das Ganze nur Vorauszahlungen sind. Wenn du hier also zu wenig angibst und dann tatsächlich mehr verdienst, dann führt das einfach nur dazu, dass du dann, wenn du den nächsten Steuerbescheid bekommst, dann halt eine Nachzahlung hast. Vielleicht auch ein genereller Hinweis, du kannst diese Vorauszahlungen auch jederzeit anpassen lassen. Wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, viel zu viel vorauszahlen, kannst du deine Quartalsweisen Vorauszahlungen nach unten anpassen lassen, genauso nach oben. Wenn du viel zu wenig vorauszahlst und das Gefühl hast, dass das einfach viel zu wenig ist und du dich sicherer fühlst, wenn das Geld lieber schon mal beim Finanzamt ist, weil auf dem eigenen Konto läuft man Gefahr, es auszugeben, dann kannst du diese Vorauszahlungen tatsächlich auch nach oben anpassen lassen. Und das Ganze muss man natürlich auch noch für die anderen Einkunftsarten angeben, zum Beispiel Einkünfte aus Kapitalvermögen. Wichtig, hier geht es nur um Kapitalvermögen, das nicht der Abgeltungssteuer unterliegt. Das heißt, wenn du irgendwo Dividendeneinkünfte hast, Zinseinkünfte hast und die Bank da schon Kapitalertragsteuer, also Abgeltungssteuer einbehält, dann musst du das hier auch nicht eintragen, weil das verändert nicht mehr deinen persönlichen, individuellen Steuersatz. Hier ist nur das relevant, was tatsächlich dein Steuersatz, den du quasi auf den Gewinn aus Selbstständigkeit anwenden musst, das musst du hier eintragen, alles andere kannst du weglassen. Dann gibt es noch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, die du hier eventuell eintragen kannst und sonstige Einkünfte. Sonstige Einkünfte sind zum Beispiel Renten oder private Veräußerungsgeschäfte, zum Beispiel Bitcoin-Spekulationsgewinne, die trägst du denn hier ein, aber nur, wenn sie steuerpflichtig sind natürlich. Und dann gibt es ja nicht nur Einkünfte, sondern auch bestimmte Dinge, die du quasi von der Steuer absetzen kannst. Dinge, die den Steuersatz senken. Zum Beispiel Sonderausgaben. Sonderausgaben sind Versicherungen. Rein praktisch sind die beiden größten Positionen deine Krankenversicherung und deine Rentenversicherung. Das heißt, diese Krankenversicherung und Rentenversicherung kannst du für das Gründungsjahr und das folgende Jahr auch eintragen. Das reduziert dann halt wieder ein bisschen deinen Steuersatz und sorgt dafür, dass du ein bisschen weniger vorauszahlen musst. Und dann gibt es auch noch andere Steuerabzugsbeträge. Eine ganze Reihe. Arztrechnungen, zum Beispiel Kinderfreibeträge. Dann gibt es Entlassungsbeiträge für Alleinerziehende und so weiter. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe an Steuerabzugsbeträgen, die du da irgendwie berücksichtigen kannst in deiner Steuererklärung. Du kannst jetzt irgendwo versuchen, Glaskugel zu lesen und hier irgendwas einzutragen. Mein pragmatischer Hinweis wäre, schnapp dir mal deinen letzten Einkommensteuerbescheid. Guck da mal drauf. Da ist so eine Tabelle, meistens auf Seite 2 oder 3, wo Steuerabzugsbeträge drinstehen. Und wenn du in deinen Steuerbescheiden der letzten Jahre da etwas drinstehen hast, dann kannst du diese Werte hier einfach reinschreiben, weil das reduziert ja dann deine Steuerlast. Wenn du das nicht hast, schreib es nicht rein, weil das ist schwierig vorherzusehen. Woher willst du wissen, wie viel, keine Ahnung, Zahnarztkosten du im nächsten Jahr hast und wie viel du von diesen Kosten denn tatsächlich auch ansetzen kannst? Das ist schwierig vorherzusehen. Von daher würde ich dir generell sagen, füll eher nichts ein, außer du weißt halt aufgrund der Historie, dass du bestimmte Freibeträge, Freigrenzen und so weiter auch in den nächsten Jahren haben wirst. Dann kannst du sie hier natürlich eintragen. Und wenn du das alles gemacht hast, klickst du auf Fertig und damit sind wir mit dem Bereich auch durch. Und damit kommen wir zum nächsten Bereich und der nächsten Steuerart und zwar der Lohnsteuer. Und da gibt es auch viele Irrtümer. Und zwar zahlst du als Selbstständiger keine Lohnsteuer. Ich kriege das immer wieder mit, dass da Leute was eintragen. Aber du als Selbstständiger zahlst keine Lohnsteuer. Du hast keinen Lohn aus selbstständiger Tätigkeit. Du hast einen Gewinn. Das heißt, du machst eine Einnahmenüberschussrechnung oder du machst eine Gewinn- und Verlustrechnung, ermittelst einen Gewinn und zahlst darauf den Steuern. Das ist kein Lohn, das ist kein Gehalt. Du zahlst als Selbstständiger nur Lohnsteuer, wenn du Angestellte hast. Du zahlst nämlich Lohnsteuer für deine Angestellten. Du selbst zahlst für dich keine Lohnsteuer. Du zahlst, wie eben schon erzählt, die quartalsweisen Vorauszahlungen für die Einkommenssteuer und unter Umständen Gewerbesteuer. Das sind die Steuerarten, die du zahlst. Du zahlst für dich selbst zumindest keine Lohnsteuer, sondern immer nur für deine Angestellten. Deswegen klickst du hier einfach auf Nein, wenn du keine sozialversicherungs- und steuerpflichtigen Angestellten hast. Wenn du das planst, dann klickst du hier auf Ja und dann musst du auch mehrere Angaben machen zu, wie viele Angestellte planst du eigentlich? Wann sollen die anfangen? Was denkst du, wie viele Gehalter, also als Gehaltssumme du hast? Wie viel voraussichtliche Lohnsteuer du da zahlen musst? Und so weiter. Das Ganze machst du aber wirklich nur, wenn du wirklich ganz konkret schon planst, mit Mitarbeitern zu arbeiten. Und dann solltest du dich auch generell noch ein bisschen mehr darüber informieren, weil es reicht nicht, hier das einfach nur anzugeben, denn du musst auch noch mehr machen, als einfach nur Lohnsteueranmeldungen abzugeben. Ja, du brauchst einfach eine ganze Reihe an weiteren Anmeldungen und musst dich um Sozialversicherung und so weiter kümmern. Du findest unten in der Videobeschreibung eine Anleitung dazu, wie du Arbeitgeber wirst. Das heißt, da hast du noch ein paar mehr To-Dos, als jetzt einfach nur diesen Bereich hier einmal auszufüllen. Solltest du aber natürlich nur machen, sprengt hier an dieser Stelle nur ein bisschen den Rahmen, deswegen den Hinweis auf die Videobeschreibung. Und für alle Leute, für die das nicht relevant ist oder natürlich auch für die es relevant ist und die das jetzt ausgefüllt haben, die klicken dann auf Fertig und damit haben wir diesen Bereich auch abgeschlossen. Und damit kommen wir zur nächsten Steuerart, die aber wieder für dich äußerst relevant ist und zwar der Umsatzsteuer. Und bei der Umsatzsteuer musst du tatsächlich so einige Angaben machen und hast auch einige Wahlrechte. Und das schauen wir uns einfach mal Schritt für Schritt gemeinsam an. Und beim Thema Umsatzsteuer müssen einige Angaben gemacht werden und du hast auch einige Wahlrechte. Und deswegen schauen wir uns das einfach mal Schritt für Schritt an. Und die erste Frage ist relativ einfach ehrlicherweise oder die ersten drei, vier, vier Zeilen sind relativ einfach. Und zwar werden im Jahr der Betriebseröffnung Umsätze ausgeführt? Entweder hast du gar nicht vor, im ersten Jahr irgendwelche Umsätze zu machen, was ja sein kann. Vielleicht investierst du im ersten Jahr erstmal und erwartest erst im zweiten Jahr tatsächlich auch Umsätze. Aber wenn du im ersten Jahr Umsätze erwartest, dann schreibst du hier halt einfach den zu erwartenden Umsatz rein. Wichtig, du schreibst bei diesem anderen Feld geht es um Gewinne. Das heißt bei der voraussichtlichen Einkünfte, Einkünfte steht für Gewinn und Einnahmen oder Umsatz steht für das, was halt von deinen Kunden reinkommt. Nicht für das, was unten übrig bleibt, sondern erstmal nur das Geld, was einem auf dein Konto ankommt. Das heißt, hier geht es um den Umsatz und das Ganze dann auch für das Folgejahr. Also was planst du an Umsatz im Gründungsjahr und im folgenden Jahr? Das beides schreibst du hier einfach rein. Muss natürlich einfach von der inneren Logik so ein bisschen zu dem passen, was du vorher auch eingetragen hast bei den Gewinnen. Wenn du hier zum Beispiel sagst, du willst 20.000 Euro Gewinn machen, dann glaubt dir keiner mehr, dass du hier jetzt sagst, du willst nur 10.000 Euro Umsatz machen. Das ist nur für dich wichtig, dass das in sich auch logisch sein muss, was du hier insgesamt ausfüllst. Dann ist es in Deutschland ja grundsätzlich so, dass wir einen Umsatzsteuersatz haben von 19%. Das heißt, du schreibst deine Rechnung, packst dann 19% Umsatzsteuer drauf und kriegst dann den Bruttobetrag, also den Nettobetrag plus die 19% Umsatzsteuer von dem Kunden überwiesen. Und diese 19% musst du dann an das Finanzamt abführen. So weit, so gut. Wir haben in Deutschland ja auch einige Umsätze, die sind komplett steuerfrei. Zum Beispiel Arztleistungen. Das heißt, wenn du Arzt bist, dann ist deine Leistung ziemlich sicher komplett Umsatzsteuer befreit. Das heißt, du musst keine 19% auf deine Rechnung schreiben. Auch wenn du privater Vermieter bist und Wohnraum, dauerhaft Wohnraum vermietest, dann ist auf deiner Leistung, also in den privaten Mietverträgen auch keine Umsatzsteuer enthalten. Oder die Vermittlung von Krediten, die Vermittlung von Versicherungen und so weiter. Die sind alle umsatzsteuerfrei. Ich hoffe, damit kennst du dich so ein kleines bisschen aus. Und wenn nicht, informiere dich bitte. Ich kann jetzt hier an dieser Stelle nicht alle möglichen, also alle potenziellen umsatzsteuerfreien Umsätze aufzählen. Denn dauert das Video noch 10 Stunden. Die stehen alle in §4 Umsatzsteuergesetz. Das heißt, wenn du dir da nicht ganz sicher bist, dann google einfach mal §4 Umsatzsteuergesetz und scroll einmal durch das Gesetz. Da steht alles aufgelistet. Und wenn deine Leistung in §4 Umsatzsteuergesetz nicht steht, dann ist sie auch nicht umsatzsteuerbefreit. Wir haben aber in Deutschland auch einen ermäßigten Steuersatz von 7%. Der gilt auch auf bestimmte Leistungen. Das heißt, da solltest du dich auf jeden Fall einmal schlau machen. Was gilt eigentlich genau? In den meisten Fällen werdet ihr aber weder eine Erleichterung haben auf 7% und keine Befreiung auf 0%. Das heißt, ihr klickt hier auf Nein. Wenn ihr aber zum Beispiel Versicherungen vermittelt, dann schreibt ihr hier rein, welche Tätigkeiten ihr macht und wo das genau in §4 Umsatzsteuergesetz steht. Damit das Finanzamt da Bescheid weiß, dass ihr halt Umsätze habt, für die ihr keine Umsatzsteuer zahlen müsst. Dann gibt es hier noch Angaben für Land- und Forstwirtschaft. Das möchte ich an der Stelle ehrlicherweise so ein bisschen überspringen, weil die meisten von euch werden nicht Land- oder Forstwirtschaft machen. Und dann gibt es die Kleinunternehmerregelung. Über die Kleinunternehmerregelung könnte ich jetzt auch eine Stunde lang sprechen. Ganz kurz zusammengefasst. Ich habe ja schon erzählt, du hast deinen Nettopreis, packst die Umsatzsteuer drauf und bekommst dann quasi den gesamten Betrag von deinen Kunden überwiesen und du führst dann die Umsatzsteuer ab. Aber du kannst die Umsatzsteuer, die du an deine Lieferanten, an deine Dienstleister usw. zahlst, das heißt, da ist ja auch in jeder Rechnung Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer, wie man umgangssprachlich sagt, auch enthalten. Und du kannst von der Umsatzsteuer, die du von deinen Kunden bekommen hast, die Umsatzsteuer abziehen, die du an deine Dienstleister, die du quasi für deine Eingangsrechnung bezahlt hast, davon abziehen. Und es ist sogar so, dass wenn du mehr Ausgaben hattest, das dazu führt, dass du tatsächlich die Umsatzsteuer vom Finanzamt erstattet bekommst. Das Ganze ist natürlich relativ aufwendig. Diese ganze Hin- und Herberechnung heißt Umsatzsteuer-Vorenmeldung. Die macht man monatlich oder quartalsweise. Und wenn du sagst, ich habe gar keine Lust, Umsatzsteuer will ich nicht auf meinen Rechnungen stehen haben, ich habe auch gar keine Lust, diese Vorenmeldung zu machen und auch eine Umsatzsteuererklärung will ich nicht machen, dann kannst du das tun. Es gibt eine Bürokratie-Erleichterungsregel, die heißt Kleinunternehmerregelung. Davon haben ganz viele Leute gehört. Die kannst du immer dann in Anspruch nehmen, wenn dein Umsatz dauerhaft unter 22.000 Euro liegt. Ganz, ganz wichtig, im Gründungsjahr musst du das runterrechnen. 22.000 Euro kannst du nur Umsatz machen, wenn du am 1. Januar gründest. Wenn du am 1. Juli gründest und das halbe Jahr schon vorbei ist, dann darfst du keine 22.000 Euro Umsätze in dem Jahr machen, sondern nur noch halb so viel, weil das halbe Jahr nur noch da ist. Das heißt, dann machst du 11.000 Euro. Das heißt, du musst das anteilig runterrechnen, was im Gründungsjahr gilt. Und wenn du unter diesen 22.000 Euro Umsatz liegst, dann kannst du freiwillig darauf verzichten, mit der Umsatzsteuer nur irgendetwas zu tun zu haben. Das ist quasi so ein Opt-out aus dem Umsatzsteuersystem. Ganz, ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle, das ist meistens finanziell nicht attraktiv, weil du halt auf der Kostenseite dir die Umsatzsteuer auch nicht wiederholen kannst. Und gerade für Gründer ist es ja häufig so, dass sie erstmal investieren. Du hast das erste Mal eine Software, die du anschaffst. Du kaufst dir einen Laptop, du kaufst dir sonstiges Equipment, du hast Reisekosten, du hast Fortbildungskosten und da sind überall Kosten drin und du würdest dir diese Umsatzsteuer wiederholen. Ja, es ist ein bisschen mehr Arbeit, diese ganze umsatzsteuerrechtliche Abwicklung mit den Fondsanmeldungen und so weiter. Aber unterm Strich ist es in ganz vielen Geschäftsmodellen so, dass es tatsächlich günstiger ist, auf diese Kleinunternehmerregelung zu verzichten. Es ist aber eine Bürokratieerleichterung. Von daher möchte ich dir das natürlich auch nicht vorschreiben oder verbieten. Ich möchte nur, dass du an der Stelle weißt, dass die Kleinunternehmerregelung finanziell in ganz vielen Fällen gar nicht besser ist. Du findest zu dem ganzen Thema natürlich noch eine ganze Reihe an Videos unten in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Und ein wichtiger Hinweis auch, das Ganze ist freiwillig. Das heißt, du kannst sie wählen, aber du kannst auch, wenn du unter der Grenze bist, aktiv sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich will diese ganze umsatzsteuerrechtliche Abwicklung schon auch machen. Und hier an dieser Stelle berechnet WiesoSteuer, ob du überhaupt berechtigt bist, diese Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen. Und du kannst jetzt hier sagen, ja, willst du machen oder nee, willst du nicht machen. Und dann kommt eine relativ fiese Frage und diese fiese Frage, die gibt es erst so seit zwei Jahren in diesem Fragebogen. Und zwar die voraussichtliche Zahllast oder Überschuss. Was erwartest du eigentlich im gesamten Jahr an Umsatzsteuerzahlungen oder was erwartest du, was du vom Finanzamt wiederbekommst? Und das ist ehrlicherweise super böse zu rechnen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich 50.000 Euro Umsatz mache, dann habe ich ja 50.000 Euro, davon 19%, sind 9.500 Euro Umsatzsteuer. Das ist aber nicht das, was ich zahle, weil ich kann davon ja auf der Kostenseite die ganzen Umsatzsteuerbeträge abziehen. Und deswegen ist es relativ schwierig vorherzusehen, wie hoch denn jetzt meine Zahllast oder mein Überschuss ist. Also Zahllast ist das, was ich ans Finanzamt zahlen muss und Überschuss ist das, was das Finanzamt mir erstattet, auf das ganze Jahr gerechnet. Das ist ehrlicherweise relativ blöd zu rechnen. Meine Empfehlung wäre, nimm den Gewinn. Wir haben ja den Gewinn geschätzt und zwar hier an dieser Stelle für die voraussichtlichen Einkünfte für Vorauszahlung. Hast du ja irgendwas geschrieben bei Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit oder Gewerbebetrieb. Und wenn da beispielsweise 20.000 Euro steht, dann würde ich dir empfehlen, dass du hier den Gewinn nimmst und den einfach mit 19% multiplizierst. Und das schreibst du dann hier rein bei zu erwartender Zahllast. Das heißt, in meinem Fall 20.000 mal 19% schreibe ich hier 3.800 Euro rein. Das erwarte ich als Zahllast. Wenn es ein Überschuss ist, schreibe ich ein Minus davor. Das ist nur eine Näherung, das ist nur eine Schätzung. Aber das ganze Formular ist auch nur eine Näherung und eine Schätzung. Du darfst nicht vergessen, dass dieses Formular auch Großkonzerne ausfüllen. Auch der VW-Konzern hat irgendwann mal einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausgefüllt und das Finanzamt und der Sachbearbeiter muss natürlich wissen, sitze ich hier jetzt vor einem Großkonzern oder einem kleinen Unternehmen und dann reicht es vollkommen, ob das jetzt 3.000 oder 4.000 oder 5.000 sind. Das ist okay. Das ist so. Es ist zumindest nicht 10 Millionen. So. Ich hoffe, damit wird klar, was ich sage. Hier geht es um eine grobe Einordnung dessen, wie wohl deine Selbstständigkeit ist und wie groß das eigentlich ist. Wenn die Zahlen in der Realität anders aussehen, ist es auch nicht so schlimm. Dafür machst du ja die ganzen Steuererklärungen in Zukunft. Als nächstes wirst du analog und aufbauend zu den steuerfreien Umsätzen, die wir hier oben eingetragen haben, nochmal gefragt nach Umsätzen, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. Auch darüber solltest du dich natürlich informieren, ob deine Leistungen unter Umständen nicht 19% unserer Steuer unterliegen, sondern 7%. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Hier an der nächsten Stelle wird dir eine Frage gestellt, die man ehrlicherweise relativ schnell mal so überscrollt. Die ist aber wichtig. Und zwar geht es hier um die Sollversteuerung oder Istversteuerung. Ganz kurz, was ist der Unterschied? Es gibt ja unterschiedliche Zeitpunkte, wann du die Umsatzsteuer für deine Rechnungen ans Finanzamt übermittelst. Und zwar zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, der Zeitpunkt, wenn du die Rechnung schreibst. Die zweite Möglichkeit, dann, wenn du das Geld auch tatsächlich bekommst. Wenn deine Kunden dich schnell bezahlen, dann macht das keinen Unterschied. Dann ist das ja meistens im gleichen Monat oder im Monat danach. Das heißt, dann ergibt das jetzt keinen großen Unterschied. Es gibt ja aber Konstellationen, gerade wenn du mit großen Unternehmen zu tun hast oder auch mit der öffentlichen Hand zu tun hast, dann gibt es tatsächlich andere Zahlungsziele. Und ich hatte mal einen Kunden, der hat mich erst nach neun Monaten bezahlt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schreibe eine 5000-Euro-Rechnung, so groß war die Rechnung ungefähr, und die schreibe ich im Januar 2024. Denn es ist schon ein großer Unterschied, ob ich im Januar 2024 die Umsatzsteuer für diese 5000 Euro schon im Januar zahlen muss oder erst im September, wenn ich das Geld auch tatsächlich auf dem Konto habe. Weil wenn ich das im Januar schon zahlen muss, dann muss ich ja diese 19% von 5000 Euro, das sind 950 Euro, neun Monate lang vorstrecken, bevor ich das dann von meinem Kunden bekomme. Und das ist genau der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Versteuerung. Nach der Soll-Versteuerung muss man die Umsatzsteuer immer schon dann bezahlen, wenn man die Rechnung gestellt hat. Und bei der Ist-Versteuerung muss man die Umsatzsteuer immer erst dann abführen, wenn man die Kohle selbst auf dem Konto hat. Das heißt, die Ist-Versteuerung ist für dich immer besser und die solltest du deswegen hier einfach auch wählen. Aber natürlich möchte das Finanzamt auch noch eine Begründung haben. Warum glaubst du, dass du das so darfst? Weil die Standardeinstellung ist Soll-Versteuerung. Das heißt, die Standardeinstellung ist, du musst Umsatzsteuer abführen, sobald du die Rechnung gestellt hast. Und hier gibt es drei Möglichkeiten, warum das möglich ist. Und zwar erstens wird im Kalenderjahr hochgerechnet Gesamtumsatz für das Gründungsjahr voraussichtlich 600.000 Euro unterschreiten. Das heißt, ganz, ganz wichtiger Hinweis, das wurde gerade geändert, das sind 800.000 Euro. Wenn du in einem Jahr unter 800.000 Euro Umsatz bist, was ehrlicherweise die meisten Einzelunternehmen sind, dann kannst du die Ist-Versteuerung wählen. Das heißt, alle kleinen Unternehmen können pauschal die Ist-Versteuerung wählen. Zumindest, wenn sie unter 800.000 Euro Umsatz gemacht haben, dann klickst du hier einfach auf Ja. Es gibt eine Ausnahme und zwar Freiberufler. Denn Freiberufler fallen unter den dritten Punkt. Da steht nämlich, werden nur Umsätze ausgeführt, die weder buchführungspflichtig sind noch freiwillig Bücher geführt werden müssen. Das heißt, Freiberufler müssen tatsächlich nie Buchhaltung führen, also Bilanzierung an der Stelle. Und deswegen können Freiberufler vollkommen unabhängig vom Gewinn und Umsatz immer die Ist-Versteuerung wählen. Das heißt, Freiberufler können auch 5 Millionen Euro Umsatz machen, überhaupt kein Problem, können trotzdem die Ist-Versteuerung wählen. Wenn du aber über 800.000 Euro Umsatz machst und gewerblich tätig bist, dann musst du die Soll-Versteuerung wählen. Im nächsten Punkt geht es um die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Und das möchte ich hier ganz kurz machen. Du findest dazu vertiefende Videos auch unten in der Videobeschreibung. Du brauchst diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Das ist etwas anderes als deine normale Steuernummer, die du jetzt ja sowieso schon beantragst mit diesem Fragebogen. Diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die brauchst du immer dann, wenn du grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen hast mit Unternehmen, die im anderen EU-Land sitzen. Dann brauchst du diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die fängt mit DE an und hat dann da hinten so ein paar Zahlen, haben aber immer so einen Länderkürzel am Anfang. Und die wird nicht vom Finanzamt erteilt, sondern vom Bundeszentralamt für Steuern. Und vielleicht sagst du jetzt, ich habe gar keine internationalen Geschäftsbeziehungen und ich sage dir, hast du wohl, weil alle großen Tech-Unternehmen, Microsoft, Google, Facebook und so weiter, die haben alle ihren Sitz nicht in Deutschland, sondern ihren Europasitz, entweder in Luxemburg oder in Irland und so weiter. Und du hast in der Regel Geschäftsbeziehungen mit solchen Softwareunternehmen. Von daher solltest du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer haben und deswegen solltest du sie hier beantragen. Der reine Besitz dieser Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, der verpflichtet dich zu nichts. Von daher, klick hier einfach auf Ja. Das ganze Thema One-Stop-Shop-Verfahren ist für dich super relevant, wenn du Versandhandel machst, wenn du Dropshipping machst, wenn du generell E-Commerce machst, Produkte verkaufst und verschickst. Da solltest du dich bitte nochmal ausführlich mit beschäftigen. Auch dazu findest du unten in der Videobeschreibung Videos verlinkt. Das würde hier aber komplett den Rahmen sprengen. Das ist ein Verfahren, was auch EU-weit angewendet wird und da solltest du dich dann auch registrieren, wenn das Ganze für dich relevant ist. Und dann hast du hier abschließend noch ein paar weitere Angaben. Zum Beispiel wurde ein Unternehmen oder eine Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb erworben. Also irgendwas mit Unternehmenskauf. Hier geht es noch einmal um Organschaften. Auch das sollte für dich nicht relevant sein. Gebäudereinigung im Baubereich und so weiter. Also Reverse-Charge-Verfahren. Kompliziertes Thema sowieso schon. Dann im ganz Speziellen für Bauunternehmen und Gebäudereinigungsunternehmen. Dann auch nochmal hier das ganze Thema E-Commerce. Wie gesagt, solltest du dich nochmal näher mit beschäftigen. Das heißt, bei diesen einzelnen Punkten möchte ich jetzt nicht in jedem einzelnen Fall darauf eingehen. Es gibt einen Grund, warum hier die unten auftauchen unter weitere Angaben. Das sind wirklich spezielle Fälle, über die du dich natürlich schlau machen solltest, wenn irgendwas davon auf dich zutrifft. Auf die meisten von euch sollte das aber nicht zutreffen. Damit sind wir auch fertig und klicken auf Fertig. Und damit sind wir generell auch fast am Ende. Denn wir haben im letzten Schritt nur noch die Unterlagen für das Finanzamt. Du kannst jetzt eine ganze Reihe an Unterlagen noch zusätzlich an das Finanzamt schicken. Zum Beispiel dem Finanzamt nach SEPA Lastschriftmandat erteilen. Damit sie quasi Umsatzsteuervorauszahlungen, Quartalsweisevorauszahlungen für Einkommensteuer, Gewerbesteuer und so weiter einfach abbuchen können. Die Vollmacht für einen Steuerberater und so weiter. Das heißt, all diese Dinge kannst du jetzt noch hinzufügen. Die kannst du aber tatsächlich auch später immer noch an das Finanzamt schicken. Das musst du nicht am Anfang fertig haben. Und sollte bitte, bitte kein Blocker für dich sein, diesen Fragebogen abzuschicken. Denn dein Ziel muss es sein, diesen Fragebogen so schnell wie möglich an das Finanzamt zu schicken. Weil erst dann fängt das Finanzamt an, tatsächlich zu arbeiten. Und ja, schickt dir dann quasi als Antwort dann deine Steuernummer. Und diese Steuernummer brauchst du, damit du sie auf deine Rechnung schreiben kannst. Deswegen so schnell wie möglich diesen Fragebogen jetzt an das Finanzamt schicken. Und auch das machen wir einmal. Denn wir sind am Ende des dritten Drittels angekommen. Das heißt, wir haben jetzt diesen gesamten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausgefüllt. Wir können auf Weiter klicken und dann mit unserer Zertifikatsdatei von ELSTER das Ganze hier direkt in Visosteuer an das Finanzamt übermitteln. Ganz, ganz wichtig. Du brauchst dafür natürlich eine ELSTER-Zertifikatsdatei. Du brauchst keine neue ELSTER-Zertifikatsdatei. Das heißt, wenn du eine Zertifikatsdatei hast für, ja früher mal für dein Angestelltenverhältnis, um deine Einkommensteuererklärung zu machen. Oder tatsächlich auch Visosteuer schon eine ganze Weile benutzt und dafür eine Zertifikatsdatei hast, dann kannst du die jetzt auch für deine Selbstständigkeit benutzen. Wenn du keine hast, dann solltest du dir natürlich eine organisieren. Das dauert aber tatsächlich eine Weile, weil das Finanzamt dir einen Brief schickt, um das Ganze zu aktivieren. Wie das funktioniert, findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und wenn du das eingerichtet hast, kannst du aber direkt hier über Visosteuer den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung an das Finanzamt schicken. Dann fängt das Finanzamt an, deine Anmeldung, deine steuerliche Registrierung zu bearbeiten und du solltest so in zwei, drei, vier Wochen eigentlich eine Rückmeldung erhalten. Ich habe aber ehrlicherweise in einzelnen Fällen auch schon gehört, dass das zwei bis drei Monate dauert. Das heißt, da heißt es leider ein bisschen Geduld haben. Wenn du es sehr, sehr eilig hast und du Rechnung schreiben musst, dann kannst du auch zumindest in Absprache mit deinen Kunden Rechnungen verschicken, wo du einfach draufschreibst, Steuernummer folgt. Es ist nämlich ganz wichtig, dass auf deinen Rechnungen deine Steuernummer steht. Diese Rechnung musst du dann natürlich korrigieren, sobald du deine Steuernummer erhalten hast. Aber du musst ja von irgendwas leben. Also irgendwie musst du wahrscheinlich deine Miete bezahlen, deinen Kühlschrank füllen und so weiter. Das heißt, es ist schon sinnvoll, Rechnungen zu schreiben, auch wenn du unter Umständen deine Steuernummer noch nicht erhalten hast. Es ist nur wichtig, dass du das Ganze mit deinen Kunden absprichst, dass die damit einverstanden sind. Und ganz, ganz wichtig, du musst natürlich anschließend auch deine Rechnungen korrigieren, sobald du denn die Steuernummer hast. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt noch eine ganze Reihe an Fragen hast. Schreib mir gerne einen Kommentar mit deinen Fragen unten in die Kommentare und ich versuche dir dann gerne weiter zu helfen. Wenn du jetzt auf der Suche bist nach einem Buchhaltungsprogramm, nach einem Steuerberater, nach einem Bankkonto, nach egal was du für deine Selbstständigkeit brauchst, dann schau dir unbedingt auch mal meine Empfehlung an unten in der Videobeschreibung. Meine größte Empfehlung ist sowieso, abonniere diesen Kanal, aber du findest sonst auch alle Informationen noch einmal hier verlinkt. Oder du schaust jetzt einfach direkt eines der weiteren Videos an. Ich glaube, da gibt es noch einige Themen, die du rund um die Themen Finanzen, Buchhaltung und Steuern erfahren kannst. Zum Beispiel in diesem Video oder in diesem.